Aus Angst, einen Fehler zu machen, fahren Menschen zu lange, anstatt sich auf die Reise zu machen. Die Angst, deine Entscheidung zu bereuen und den Folgen nicht gewachsen zu sein, steht einem erfüllten Leben deinem Weg. Es gibt mehr Menschen, die aufgeben, als solche, die scheitern. In diesem Beitrag geht es darum, wie es gelingt, gestärkt aus Rückschlägen hervorzugehen. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Coco Chanel soll gesagt haben, ich bereue nichts im Leben, außer das, was ich nicht getan habe. Beneidenswert. Viele Menschen haben so große Angst davor, einen Fehler zu machen, dass sie ewig damit warten, sich endlich auf die Reise zu machen. Es zeigt sich immer wieder. Die Art und Weise, wie ein Mensch mit Rückschlägen umgeht, offenbart mehr über ihn als sein Erfolg. Wie lässt sich konstruktiv mit Rückschlägen umgehen und gestärkt aus ihnen hervorgehen? Wenn nur. Hätte, hätte, Fahrradkette. Habe ich nicht. Schade. Selbst scheitern macht gescheitert. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wäre mein Vater Millionär. Wer sich in Gefahr begibt, kommt daran um. Für Absichten gibt es keine Belohnung. Genug Weisheiten zum Thema. Und ja. So kuschelig bequem und vertraut die Komfortzone sein mag. Ab und zu lohnt es sich über den Tellerrand zu schauen. Und sich vom üblichen Pfad zu lösen. Zugegeben. Das kann zu blauen Flecken führen. Doch mitunter ist die Reue deutlich länger unangenehm, wenn wir meinen, etwas Wichtiges unterlassen zu haben. Besonders häufig wird keine Entscheidung getroffen, aus Angst, es könnte eine falsche sein. Die inneren Dialoge bremsen uns aus. Das wird sowieso nichts. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Was ist, wenn ich die falsche Entscheidung greife? Wenn es so einfach wäre. Zweifel sind der Beginn von Weisheit, meinte ein Philosoph. Und viele andere stürmen ihm zu. Doch wenn Zweifel zu lange andauern, blockieren sie Entwicklung. Dann doch lieber eine durchdachte Entscheidung treffen, die Ärmel hochkrempeln und ans Werk gehen. Wenn es nicht gleich auf Anhieb klappt, statten uns Rückschläge mit neuen Erkenntnissen aus. Die meisten unserer Entscheidungen sind heutzutage nicht mehr lebensbedrohend. Doch das Stammhirn, aus gutem Grund Reptiliengehirn genannt, meldet sich so, als wenn es immer noch so wäre. Der archaische Bereich in unserem Gehirn stammt noch aus der Zeit, als eine Fehlentscheidung dazu führte, dass wir gefressen wurden. Für das Update sind wir selbst verantwortlich. Ihr sollt lernen, Schläge einzustecken und zu verdauen. Sonst seid ihr bei der ersten Ohrfeige, die euch das Leben versetzt, groggy. Denn das Leben hat eine verträufelt große Handschuhnummer. Herrschaften, Erich Kästner Der Fluss ist unberechenbar. Man weiß nie, welche Umwege er sich leistet, sagte Catherine Hepburn in African Green. Verpatzte Prüfung, bis lohnt eine Präsentation, gescheiterte Verhandlung. Projekt in den Sand gesetzt. An das sind Erfahrungen, auf die wir wohl eher verzichten möchten. Und doch gehören sie dazu. Sie sind natürlicher Bestandteil des Lebens und Lernens. Wer sich die Biografien von als erfolgreich geltenden Persönlichkeiten anschaut, erfährt, viele hatten es mit Rückschlägen zu tun. Gerade das macht deren Entwicklung für die Leser ja so interessant. Es erinnert an die Struktur einer Heldenreise, wie sie von Joseph Campbell in seinen Büchern beschrieben wird. Die Art und Weise, wie Menschen mit Rückschlägen umgehen, offenbart mehr über sie als ihr Verhalten bei Erfolg. Es folgen einige Gedanken, die sich im Umgang mit Rückschlägen bewährt haben. Raus aus der Opferrolle. Hätte, hätte, Fahrradkette. Was vorbei ist, ist vorbei. Kurz die Wunden zu lecken, ist menschlich. Etwas Trauer ist oft heilsam. Doch der Schmerz der bitteren Niederlage braucht sich nicht einzunisten. Unnötiges Festkleben an Umständen, die nun mal eingetreten sind, bringt selten einen Vorteil. Auch das Ignorieren der Situation und Folgen bewegt nichts zum Guten. Also besser die Verantwortung übernehmen und ran ans Werk. Nun ja, nicht jeder Mensch wird in stressigen Situationen zum Jogi und meditiert, obwohl das durchaus eine gute Idee sein kann. Es gibt zum Glück weitere Möglichkeiten, wieder zu sich und einen konstruktiven Zustand zu finden. Mit etwas Abstand lässt sich leichter der Überblick sichern. Eines der wichtigsten Werkzeuge, wenn die Emotionen es wieder zulassen, Mind-Mapping. Wenn sich eine Tür vor uns schließt, öffnet sich eine andere. Die Tragik ist jedoch, dass man auf die geschlossene Tür blickt und die geöffnete nicht beachtet. André, Paul, Guillaume, Guidé. Kurte-Holzky meinte, Dumme und Gescheite unterscheiden sich dadurch, dass der Dumme immer wieder dieselben Fehler macht und der Gescheite immer neue. Einige lernen dazu, andere nicht. Ja, zu viele suchen im Fall des Scheiterns nach der Schuld der anderen und den äußeren Umständen. Nur keine Verantwortung übernehmen. Sie verzichten auf Selbstreflexion und Lernprozesse. Sie müssen ihre Fehler wiederholen, anstatt es beim nächsten Mal besser zu machen. Wie schade, denn erst eine ehrliche Analyse ermöglicht es, aus Rückschlägen zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Was hätte ich anders machen können, was nicht? Welchen Anteil am Scheitern habe ich selbst? Was lag außerhalb meines Einflussbereichs? Welches Verhalten will ich zukünftig korrigieren? Welche Herangehensweise hat sich als falsch erwiesen? Was mache ich das nächste Mal anders? Was kann verbessert werden? Welche Unterstützung hätten einen positiven Unterschied gemacht? Wo könnten blinde Flecken vorhanden sein? Den Worten von Albert Einstein Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Wer möglichst schnell die Lektion erkennt, kann umso besser entscheiden und erfolgreicher handeln. Wenn es nicht so läuft, wie gewünscht, kann das ziemlich frustrierend sein. Das fördert die Tendenz, am Problem kleben zu bleiben. Der Blick des Kaninchens auf die nahende Schlange wird es nicht retten. Konstruktiver ist es, sich möglichst schnell den Möglichkeiten zuzuwenden. Schluss mit andauernden Warum-Fragen und hin zu Wie-Fragen. Es mag sich nicht so anfühlen, doch es gibt meist auch ein Geschenk in einem Problem. Es kann sich um eine Einsicht handeln, eine Chance etwas anders zu tun oder eine andere Form haben. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Es gibt mehr Leute, die kapitulieren, als solche, die scheitern. Das wusste schon Henry Ford. Also raus aus der Schockstarre. Zugegeben, Rückschläge können schmerzhaft sein und Grundängste wecken. Und das wiederum kann einen erneuten Anlauf erschweren. Doch gerade deshalb gilt es aus Rückmeldung zu lernen, was es zu lernen gibt und sich dann möglichst schnell wieder aufzurappeln, um es besser zu machen. In dieser Phase kann Unterstützung gerade auch für die emotionalen Aspekte sehr hilfreich sein. Neben Selbstzweifel über Hand werden sie zunehmend zu Stolpersteinen. Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende, meinte Oscar Wilde. Also Rannerns Werk, Schritt für Schritt und in neuen Informationen. Starke Menschen haben oft eine bewegte Vergangenheit. Es spricht viel dafür, dass Menschen mit ihren Aufgaben wachsen. Der Umgang mit Rückschlägen sagt viel über die Persönlichkeit. Rückschläge sind auch eine Chance, die Persönlichkeit zu entwickeln, zu fördern. Ich messe den Erfolg eines Menschen nicht daran, wie hoch er klettert, sondern daran, wie schnell er aufsteht, wenn er herunterfällt. George Patton. Wobei mir schon klar ist, hier eine etwas cholerische Persönlichkeit zu zitieren, doch das ist ein anderes Thema. Interessanter an dieser Stelle ist doch, wie gehen Sie mit Rückschlägen um? Wie steht es mit Ihrer Resilienz, der Fähigkeit durch Bewältigung von Rückschlägen, die eigene Persönlichkeit zu stärken? Übrigens, Resilienz kann trainiert werden. Auch ausgeprägter Enthusiasmus erlarmt bei heftigem Gegenwind irgendwann. Behalten Sie im Auge, weshalb es sich lohnt, den Aufwand zu betreiben. Sportler und andere Leistungsträger profitieren hier von Mentoring, Coaching und Mentaltraining. Lassen Sie sich unterstützen. Gute Freunde, Mentoren und noch besser, professionelles Coaching helfen Ihnen, gestärkt aus Rückschlägen hervorzugehen. Das dehnt den konstruktiveren persönlichen Zustand und beispielsweise auch dabei blinde Flecken aufzudecken. Für welches Anliegen wünschen Sie sich Mut und Entschlossenheit? Was würden Sie tun, wenn Sie die Garantie bekommen würden, es wird gelingen? Was hat es so oder so verdient, von Ihnen unterstützt zu werden? Carsten Nowak, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Gehen Sie Ihren Weg. Passen Sie gut auf sich auf. Passen Sie gut auf.